So, da sind wir wieder. Ach, da liegt noch unser Gold rum. Und eigentlich sollte das doch gerade schon meine letzte Folge werden. Ach komm, jetzt schlachten sie da oben die auch noch ab. Aber ich bin scheinbar interessanter. So, ansonsten, ja, wir haben ein bisschen was abgerissen hier. Ja, ansonsten. So. Fast zwei Gold. Bisher. So, alles schön kaputt hauen hier. Oh je, auch schon wieder drei von der Sorte. Von der dick gepanzerten Sorte. Ja, komm hoch. So. Puh. So. So viele meiner Heiltränke bleiben wohl nicht über. So, ist jetzt mal Ende hier. Ich hab keinen Bock mehr. Ich kann eure grünen Fratzen nicht mehr sehen. So. So, solche Events sind halt auch irgendwie immer etwas langatmig. Genau wie auch der Blutmond. Weil es halt auch immer sehr viele Gegner sind, obwohl der Blutmond ist mir sympathischer, weil die Gegner da droppen wenigstens auch ab und zu mal ein Herzchen. Ach, komm. Jawolle. Das heißt, jetzt kommen nur noch die paar, die hier rumstehen. Aber ansonsten, ach Gott. Spawn jetzt auch schon wieder Monster. Also hier diese Zombies. Oh, und ich glaub, die Reste haben sich hier zurückgezogen. Dann kommen wir auch mal wieder hier mal die Tür zu machen. Ich hoffe, die haben ja da unten jetzt die Tür nicht kaputt gemacht. Die hab ich nämlich vergessen aufzutun. Nein. Ja. Ich repariere das Häuschen jetzt trotzdem nochmal an den paar Stellen. Hier. Hier. Dort und dort. Dann sieht es hier nicht zumindest so aus wie bei Hempels unterm Sofa. Und hier bauen wir jetzt erstmal eine Wand rein. So. Und auch wenn diese Folge jetzt etwas kurz ist, ich muss mich jetzt mal langsam um die Sünder in der PTC kümmern. Von daher verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Aufnahme. Und ich hoffe, bis dahin ist endlich die Version 1.1 draußen. Tschüss.